Wir arbeiten an der nächsten Generation von Atomuhren, die noch mal genauer sein werden als die Atomuhren, mit denen heute die Zeitskalen realisiert werden. Und das sind die sogenannten optischen Uhren. Die heißen optische Uhr, weil das Pendel dort in dieser Uhr bei einer höheren Frequenz schwingt, bei der Frequenz von sichtbarem Licht, von Laserlicht. Ein Laser ist hier der Oszillator dieser Uhr und deswegen spricht man von einer optischen Uhr. Dieses Projekt hier konkret an der PDB hat jetzt etwa 20 Jahre Entwicklungszeit hinter sich. Da sind Wissenschaftler hier aus dem Haus und mehrere Generationen von Doktoranden, die hier ihre Doktorarbeit gemacht haben, schon beschäftigt gewesen. Für die optischen Uhren jetzt, also das wird praktisch die nächste Generation von Atomuhren sein, wird zurzeit geforscht an verschiedenen Elementen. Und interessanterweise ist noch nicht klar, ist noch eine offene Frage der Forschung, welches Element das am besten geeignete ist. Wir forschen hier mit dem Yterbium. Das ist ein sogenanntes seltenerden Element, ein Metall. Und das hat mehrere Eigenschaften, die es sehr gut geeignet machen für eine sehr präzise optische Uhr. Das ist eine ganz besondere Eigenschaft dieser Uhr, dass man hier das Signal nur von einem einzelnen Ion, einem einzelnen geladenen Atom produziert. Und man macht das deswegen, weil man dieses einzelne Ion sehr, sehr gut lokalisieren und sehr gut kontrollieren kann. Das heißt, man stellt auf diese Weise sicher, dass die Frequenz, die man dort erhält, sehr wenig gestört ist von äußeren Eigenschaften. Das einzelne Ion wird also, das ist elektrisch geladen und wird in dieser Apparatur in einem elektrischen Feld, in einer sogenannten Ionenfalle gehalten. Und wird dann dort im Ultrahochvakuum von den verschiedenen Lasern angeregt. Also diese Uhr soll nochmal einen Faktor 100 genauer sein, etwa als die Cäsium-Uhren, die wir heute haben. Und sicherlich kann das Anwendungen, die wir von Uhren haben, in Navigation, in Telekommunikation und sowas, nochmal verbessern. Aber die Genauigkeit ist eigentlich der heutigen Uhren, ist für diese Anwendungen auch schon sehr, sehr gut ausreichend. Von daher sind die interessantesten Anwendungen, die wir zurzeit untersuchen hier, sind eigentlich wieder Fragen aus der Grundlagenforschung. Wirklich Fragen nach der Genauigkeit und nach der Gültigkeit von grundlegenden physikalischen Prinzipien. Weil man hier eben so sehr, sehr genau messen, so sehr genaue Frequenzen vergleichen kann, kann man solche grundlegenden Fragen der Physik hier stellen und experimentell untersuchen. Die Uhr, wir sehen hier einen Teil davon, ist also ein großer, komplexer optischer Aufbau. Das kommt aber auch daher, bei das ein System ist, was über einige Jahre entwickelt und weiterentwickelt wurde. Das ist also ein experimenteller Prototyp. Wenn man jetzt sagen würde, man würde daraus wirklich ein Gerät machen, was man dann für Anwendungen zur Verfügung stellt, dann könnte man das sicherlich nochmal deutlich kleiner machen. Hier ein Kernstück ist die Vakuumapparatur, die wir hier sehen. Darin ist das Ion gespeichert. Durch diese längere Röhre wird nachher das Fluoreszenzlicht beobachtet. Das ist also praktisch eine Lichtabschirmung, die das Licht auf einen Detektor führt. Und dann der größte Aufwand und die größte Fläche auf dem optischen Tisch sind die verschiedenen Lasersysteme, die benötigt werden für diese Uhr. Die Taktfrequenz der optischen Uhr hier ist etwa 100.000 Mal höher als bei der Cäsium-Uhr. Das sind also fast 10 hoch 15, eine Milliarde mal eine Million Schwingungen pro Sekunde. Und das entspricht der Farbe dieses blauen Nichts, was wir hier von dem Laser sehen. Ich finde das Feld nach wie vor sehr, sehr interessant, insbesondere deswegen auch, weil es eine große Brücke spannt. Einerseits von Anwendungen des täglichen Lebens und die auch in andere Felder hereinwirken, wie zum Beispiel eben die Navigation, Satellitenzeitübertragung. Und andererseits eben diese ganz grundlegenden Fragen der Physik, die wirklich in die Grundlagenforschung hineingehen und dort möglicherweise neue Fenster zu neuer Physik aufstoßen. Und das ist eine sehr große Spannbreite. Einerseits eben das technisch-praktische, andererseits das physikalisch sehr grundlegende. Und das finde ich sehr reizvoll, diese Aspekte zusammenzubringen. Ein paar interessante Zitate. Eins, was mir sehr gut gefällt, ist Zeit ist das, was verhindert, dass alles gleichzeitig passiert. Die Zeit ist eine Ordnungsstruktur, die die Abfolge und die Entwicklung von Ereignissen vorgibt. Oder eben auch ganz berühmt das Zitat von Albert Einstein, Zeit ist, was die Uhr anzeigt. Das ist natürlich ein Zitat, was für uns Uhrenbauer sehr beliebt ist, weil es der Uhr anscheinend eine Bedeutung einräumt. Das sagt aber letztlich eben halt, dass Zeit was ist, was man sehr präzise messen kann und was eben sehr präzise als Parameter in physikalische Beschreibungen eingeht. Was wirklich dahinter steht, ist für Physiker wie mich genauso ein großes Rätsel, glaube ich, wie für viele Menschen.